und der erste Spiel in Liga 1 muss ich mir ja kommt hier in den Finanzen was machst du sonst nicht oder was? Du sollst nach hinten laufen, du Pfeife! Nimm da gar nicht ernst, die in Liga 2 und 3 kommt die Leidenschafts-Explosion muss man aufpassen, dass man überfalten könnte Hello Money Gang Komm, Konzentration, ich stell mich hin Wir haben Eisentor Verbindung ist gut Lauber, nicht die, dazwischen Ich habe gestern schon bei Gigi angemerkt, dass sie besser ist Obwohl, wenn ich nämlich bei anderen immer mitfahre, hat das gehakt Das war gestern gar nicht so Das habe ich aber auch mal nicht mehr sogar Ja, hatte ich auch einmal Sieber läuft mit in der Mitte Lauber, erstmal noch einen Meter Haben wir einen Torwart? Sieber den Rückraum, nein, ich habe keinen Torwart Noch haben Sie Der ist verhalten Der muss ein Torwart sein Ja, ich hätte ansonsten nicht in Simon reinlaufen Sonst gehen sie nämlich ja rein, die auf Mann gehen, sonst springen die ja weg vom Ball Ist der jetzt ein Torwart oder nicht? Nein, also der hätte man 23 gehabt, keine Ahnung Gibt's doch gar nicht weg, warum hält der den nennen? Kann schon auf Mann, ne? Trotzdem springt der doch mal weg Was? Wie haben Sie denn gepatcht? Hörst du dir das zu? Dann zahle ich nicht Hörst du dir das zu? Ah, ist das 9 Pro? Der ist schwarz Ach komm Wieso, was das ist? Das Video heißt, brauche ich. Der darf jetzt nicht so ein auf Nacken machen Hä, der muss ja sonst sagen Farbig Da hieß noch Schoko-Moting Dann hab ich vergessen, da die aufkommt Und ich leg's aus Simon Das ist rassistisch Jeder Schwarze muss direkt Jeder Schoko-Moting muss direkt schwarz sein Ja, gar nicht möglich, ohneDollar- Ein bisschen lekt das! Also nur ganz böseständig! Chiuiuiuuhg Sicher Ronald... Im Namen... Oh, sorry, hatte ich gegen die Lapisson Nasen, Das ist ein Knochen. Das ist eingestellt. Hast du es? Willkommen. Marius! Och man! Du bist einfach abgeschoben. Oh, das wäre so schön. Das hat ja richtig schön gespielt. Abseits oder so. Nee, Freistoß. Freistoß, da. Ja. Ich nehme mich auch nicht. Vicky! Spiel mal nach rechts, aber in den Außen 16er Höhe. Da lau ich rein. Weil da kommt einer direkt hin. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin geht. Jawoll. Nein. So langsam, wie man. So, da kommt noch mal die verpasste Chance von Ihnen. Nur mal die Chance angucken. Aber das ist nicht so gut. Kann man schauen. Mann. Ah, Mann. Sorry. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Gutes Spiel. Oh, ich hau es noch nicht ein. Oh. Erster Schuss. Echt halbwissen, sorry. Muss erstmal wieder reinkommen. Ja. Wir haben ja da so einen Deformierten, Alter. Ich weiß nicht, was die da alle dran finden. Ja. Kann sich auch noch Hessler nennen. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ob der da so durchspinkt. Sieht voll schlecht. Guck mal, der kipps da halt bloß rum. Zwei, hat er auch mit. Die Kumpel sofort an der Ecke. Das war der Modo. Siehst du? Ja. Lug dem ersten Post. Oh. Ah, nein. Schade. Ich komme jetzt. Biss dir ein bisschen näher hast du kommst. Ja, Bo. Bei meiner Recht sieht dieser kommt so weit weg schon. ...und damit, der kann ich... O, der kommt denn voll weg. Ja, der Junge ist schlau, er springt einfach über den gräschenden Angreifer hin. Recht, recht, recht. Bitte? Nein. Ach. Ah, sorry, ich dachte... Ja, kurzer Pass, kurzer Pass, ich bin zu davon. Okay, ich bin auf. Bitte? Oh, was ist das denn? Hast du jemanden? Schein. Kann ich auch glauben, ich weiß nicht. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Erfolgreicher Zweikampf. Der Gliecher auch schon vorher, weißt du? Gehreit. Weg. Komm, ich komm, ich komm, ich bin da. Ach, mein Gott. Ja, das ist viel. Ist ja nicht der Amt, der bewegt wie so eine... Scheiße, nicht wieder vor Glück, dass du voll in die Presse kommst, ne? Mhm. Ah, der soll sie mir kommen. Oh, Achtung, der könnte passen. Ah, sorry, sorry, roll bitte noch. Ach, die muss doch mal. Roll bitte. Es ist wie ein FIFA-Engine, ne? Die sind doch irgendwie noch, weil sie nicht. Achse. Top. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Sehr gut. Armin, so eben, ne? Ich weiß nicht mal. Ich bin zurückgekommen. Ja, ja, och. Jetzt links zum Ganser, aber habe ich jetzt. Ja, ich sehe dich auch gerade. Aber ich habe auch nicht so aufgeachtet, weil ich auch meine Bro angewendete. Tschüss. Komm, oh, drei direkt, ne? Ja, ja. Ich habe mich nicht mal genommen. Prozent guter Vorsitzender Flach auf Flank oder? Ne ne normal Oh das war ne guter Top Vorsicht das ist nicht Das bin ich ver-scheitern raus Pop alt sauer Junge Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Schön. Schön. Ist noch was? Komm, Simon. Wir kommen noch raus. Elfmeter. Jawoll. Habt ihr einen Tief gehört? Ja. Ja, ich hab Eis nur. Wie nicht. Boah, da rutschte Elmer aber ziemlich rein, ein klares Faulspiel, korrekte Entscheidung. Da gibt's kein Vertreter. Der will noch, der hat noch nicht. Also eigentlich wär ja Eis jetzt dran. Demilco hat auch zuerst verschossen. Ich hab ne gute Pfote. Ich hab doch gesagt. Eis willst du schießen? Ja. Der sagt doch kein Tauber, der ist total arrogant, ohne Scheiß. Nein, der ist ja nicht, der hat dieses Arganz zu tun. Er wird nicht beim Einzelnen gestanden. Was ne Kant ist, die Kärle immer mal nachkult. Das ist wirklich ein bisschen riskantiert. Der wird absolut kackt, wenn der nicht reingeht. Auch mal das schaffst du, oder? Jawoll. Das ist der beste Jungen-Jump. Das ist der beste Jungen-Jump. Das ist der beste Jungen-Jump. Sicher. Ich dachte, ich hab' ja nicht so gut gemacht. Ich dachte, ich hab' ja nicht so gut gemacht. Und da kannst du auch als Profi mal weike Knie. Hast du ein bisschen? Boah. Der war aber nicht schlecht. Der war richtig gut. Hätte er eh nicht gehabt. Wärter die Ecke eigentlich, ne? Warn, der f*** den Dicke. Zekehren. Zekehren war mal nach Köln. Einfach mal die Fähren. Gescheit Hamburger. Jetzt haben wir den Pausenstand. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Eins zu eins. Mittlerweile kann man hier auch nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, was das heißt. Der Gutsche ist, ich hab' ne halbe Sekunde früher gekürzt. Deshalb kam der Köln auf den Grün. Der war echt perfekt in der Mitte, ne? Der Gegentreffer kurz vor der Pause. Das müssen die hier erst mal verdauen. Sands-Mannschaft-Trainer. Aber das Schocken wegstecken der zweiten Halbzeit. Ich hab' nur eine Chance. Also so richtig. Sieh mir, sieh mir oben. Und die Doppel-Doppelchance, die der Eis gehalten hat. Oh. Oh. Äh. die das das die 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 eine hohe Hörende wir konnten sie ja Paul Oren risisch nicht hier und im 20% er der Karriere als Niederland jetzt ehr sie werden und freigestellt morgen noch ein viel zurück das was auch und sie haben Ah, wie macht er jetzt hier? Oh, Gott, Gott. Schön. Einer heilt Hesslund. Junge, das gibt's nicht, ey. Das ist wirklich Hesslund. Ja, ja, ich weiß, das hab ich schon gesehen, aber der hat bald verloren. Ah, sorry. Und das wird belohnt mit Bossen. Vollgleich die Nummer 1. Der war Stürmer. Ja, Raul. Die Möglichkeit. Sommers Nackmanns souveränes Torwartspiel. Hier ist nur, lauf nur durch. Ja, ich bin ja gar nicht Eis, sondern Manuel Neuer. Nur am Arsch hab ich die beide gerade verloren. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ja. Oh, bitte, Mann. Was kreis gerückt, ne? Mann, ey. Halb. Und dass der Monier nicht mitspielt, weil er die Verbindungsscheiße hat. Das ist aber echt immer so. Und immer, wenn er mitspielt, verbindet sich am Arsch. Sehr gute Flanke. Die Flanke kommt nicht durch. Ah, ist das gegen jeden Fall schlecht. Der verwandelte Elfmeter. Für uns und für die Zuschauer, Buschi. Brocker! Sie geben sich mit diesem lachhaften Unterscheid nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. Entschuldigung. Doppelfast, jawoll. Gott, kacke. Jetzt nach! Nein! Oh Mann, ich hab doch gedrückt, Alter! Ja! Ich rüsste dich aus! Sauheit, danke, Junge! Die Flanke wird aber nicht festgehalten! Der Ball ist im Haus! Eckball! So, die zieht doch! Das ist die Fliebe, Alter! Oh! Boah! Er ist doch eh gehabt, oder? So! Oh! Ich gewinne ihn über Ordnung! Ich hab ja auch nicht mehr den anderen, schon wieder nicht! Der eine ist hier gar nicht verbreitet! Du, du links ins Gericht! Dies! Schön! Ach Mann, ey! Schade! Nein, das ist klar, Sven! Der Halt Sniper und Hinder auf den Trick auf den Sniper! Schön! Schön! Oh, wohin spielt der denn? Oh! Oh! Mann! Einfach rein? Ja! Ihr wisst, ihr könnt ja, ne, ich kann das nicht mehr! Nee! Habt ihr uns auch noch gefragt? Am Anfang hab ich mich gerade gezerrt! Ich hab mir jetzt wirklich da... So krank... Ja, lieber... Kann mich wieder bewegen, kann ich nicht mehr! Komm mir, guck! Oh! Oh! Oh, wie das schön! Ich hab das Gefühl! Ach, ey! Ich bin so doof, ne? Schade, ey! Warum geht der denn nicht rein? Ich hatte... Ich hatte vorher... Ich hab leider gar nicht gesehen! Ich hab wirklich gehört, hat der in mir am Posten liegen! Lasse! Lasse! Aber... Was ist das denn? Aber der kommt an! Na der nicht! Das denn? Am Anfang hast du recht gehabt! Och, das scheint schon gar nicht! Scheint! Scheint! Guck mal! Ja! Achtung! Ja! Spiel das! Mal in Kasach! Aber so schön gespielt, ne? Ja, wenn das Ding reingegangen wäre... Schauen Sie sich die Reaktionen an! Da draußen an der Linie! Ich hab da zu mir vorgespielt! Schön gemacht! Super! Boah! Das ist noch einer! Das gibt's doch gar nicht! Ich bin jetzt auch nicht gelesen! Gut! Bitte! Ah, direkt bitte! Entschuldige, jetzt in der Mitte! Super! peut-e-e-eh! So! A-m-m-m-m-m-m! Schuuuu! Der Scheisschnalli oder ob ich mit dem Wieskump war! Der Bär! Ja, das war schon wieder knapp, ne? Ich dachte, wie sieht sie denn so wieder? Was ist denn vor? Aber schön! Ich hätte Thomas regt's doch wirklich! Die Reaktionen, die alle billig haben! Ah, hochverlieb! die jetzt wird da braucht man das die Stürmer vorne und ein Torwart, das ist das Erfolgsrezept ja, oh, der ist nicht gesteckt und wir benutzen Fachwörter in Fußreichend erkennt die Spielsituation und schnappt sich das Spielgerät ja, Manni, und da kann man mal wieder sehen, was die sogenannten Experten das sind manchmal auch auf die Kommentatoren zu vorher so alles reden, damit haben wir noch nie und nimmer gerechnet ja, oh, zu mir kommt, der kommt nicht zufrieden ich bin doch ich bin weil halt so Tiki-Tak, hast du gesehen? Tiki-Tak Tiki-Tak, gut ist doch nicht gut ist doch gut, ja ja in der heut es gibt ja keinen guten Zeitpunkt, als wir dazu aber das hier ist definitiv richtig schlechter weißt du was, die beste Ausrede gestern war von Mionier? ich hab nicht mein eigenes Motorrad, sonst hätte ich mich basiert keiner hatte sein eigenes Motorrad ja, natürlich, keiner hatte nie seinen eigenen Wagen, aber bei einem Rennen ich mach' ne, ne, der schießt nicht mehr auf Elfpeter wunderbar, dann wär' ich krass das kann gut sein, ich bin nämlich ziemlich nervös kein Druck, kein Druck, aber wenn du jetzt nicht reinmachen, ne wir sind ja wohl die sichersten Elfpeter-Schützende ne, wir können auch nicht verballern mein Gott, ein, vielleicht waren wir mit Pech, wow ja, der war auch schlecht geschickt, Simon, er sei super von schlecht weil der mit R1 war auch im gelben Wagen der war mit R1 ja, ne der hat nur die Hand ausstrecken müssen 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 der hat sich nicht kere machen und verwandelt Simon, hier sind die Oberrallen ja, natürlich, hier sind die Oberrallen ja, ich hatte auch im gelben, war in dem Bereich der ist drin der ist drin, von daher Lob am Mise war scheiße geschossen, aber er ist drin also Elfpeter-Schütz Nummer 1 ist jetzt Simon Hiro, ne ich hatte gesagt Simon Hiro als sei, ich bin doch kein Prophet oder so jawohl sieh also der Fährmann geil ist perfekt nach drei Monaten Verletzungspause ja, und was halt ein Stand wie Liga 1 ja, das ist auch mein Niveau ja, da jetzt die Meister werden weiß ich auch nicht das ist auch mein Niveau von da na gut, da brauchen wir jetzt nicht 9,8 9,8 hab ich Hesse, 100% wie hässlich der ist, der Typ da hässloh, ne nur mit blauen Haaren, ey, ich versteh die Leute die nicht die blauen Haare haben natürlich die Leute die nicht die blauen Haare haben ich muss sagen, ich bin ganz lustig so ein Scheiß herangehörst du euch schon sicher hässloh, der hat schon was Hau auf P-Boys Aaaaah